Die Zantec Signalhalsung mit innenliegender GPS-Tasche eignet sich hervorragend bei Bewegungsjagden, um die Sicherheit und die Sichtbarkeit unserer Jagdhunde zu erhöhen. Das Neongelb lässt sich bei jeder Witterung hervorragend sehen. Zusätzlich ist auf der Halsung ein Reflektorstreifen angebracht, der die Sichtbarkeit noch einmal unterstützt. In der Halsung ist ein Stretchband verarbeitet, das es sehr einfach macht, die Halsung dem Hund an- und abzuziehen. Auf der Innenseite der Halsung ist eine GPS-Tasche verarbeitet, die mit einem Klettverschluss verschlossen wird. Dort könnt ihr kleinere GPS-Geräte problemlos unterbringen, sodass man den Hund jederzeit orten kann. Das Oberflächenmaterial der Halsung ist äußerst robust, sodass es auch mal durch die Dornen gehen kann, ohne dass es kaputt geht. Zusätzlich ist es etwas wasserabweisend, sodass Schmutzanhaftungen sehr leicht wieder abgewaschen werden können. Das Oberflächenmaterial der Halsung ist äußerst Das Oberflächenmaterial der Halsung ist äußerst